Die Freiwillige Feuerwehr Handorf bedankt sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Ollarshausen für die Nominierung des Coldwater Challenge 2014. Hier nun unser Spot. Feuerwehr Handorf zur Coldwater Challenge angetreten. Ein Wort, die ist gestrandet und muss drücken. Wattler, Zorg, Rettung vor! Untertitelung des ZDF, 2020 Die Freiwillige Feuerwehr Handorf. So, ich hoffe unser Spot hat euch gefallen. Nun zu den Nominierungen. Wir nominieren als erstes die Freiwillige Feuerwehr Rottorf aus dem Landkreis Harburg. Als zweites nominieren wir die Freiwillige Feuerwehr aus Ginau, Landkreis Lüneburg. Und als drittes nominieren wir den ASB KV Landkreis Lüneburg. Zudem geben wir eine Spende an Paulinchen e.V. Wir hoffen, dass ihr auch eine macht. Dankeschön und Tschüss! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020